Die Schuldenkrise ist morgen zu lösen, mit einem Schnips. Denn alle Geldprobleme können Sie lösen, die Ressourcenprobleme können Sie nicht lösen. Brauchen Sie gar nicht so skeptisch gucken. Die Ressourcen der Welt sind endlich, im Gegensatz zur Blödheit der Investmentbanker. Geld kann man eine beliebige Menge herstellen, Geld ist nämlich überhaupt nichts, das ist eine Fantasie. Sie bilden sich ein, dass Sie für das bedruckte Papier, was Sie in Portemonnaie haben, nächste Woche noch Brötchen kaufen können. Da glauben Sie dran. Ja, es kann aber sein, dass der Bäcker nächste Woche sagt, nee, bedrucktes Papier finde ich blöd. Ich ficke in Ihre Armbanduhr, da können Sie ein paar Brötchen haben. Das hat es alles schon mal gegeben. Geld kann es ja den Wert von heute auf morgen komplett verlieren, weil es ist kein Wert. Das ist eine Absprache. Und Geld kann man eine beliebige Menge herstellen, das muss man einfach nur drucken. Man muss es nicht mal drucken. Das Geld, das wir heute in so großer Zahl haben, das existiert nicht mal in Münzen und Scheinen. Nur 10% des ganzen Geldes, das es in Euro gibt, gibt es als Schein und Münzen. Der Rest ist Buchgeld. Eine ganz wichtige Größe. Buchgeld ist das, was nur auf den Konten ist. Das Geld wird giriert. Das Wort Girokonto, das kennen Sie. Die schreiben das in Bücher und dann ist das Geld da. Es gibt keine Stelle in Europa, die sagt, wie viel Geld da sein darf. Die Geldmenge wird von niemandem festgelegt. Keine Organisation, keine Regierung. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Und deshalb ist das Problem der Schuldenkrise nicht, dass da richtiges Geld vernichtet worden ist. Denn wenn es um richtiges Geld gegangen wäre, wäre das doch ganz anders gelaufen. Wenn ich Ihnen richtiges Geld leihe, also Geld, das ich mir zusammengespart habe, muss man jetzt den jungen Leuten wieder erklären. Sparen. Sparen ist nicht wie bei Schäuble, wenn der weniger neue Schulden macht als geplant. Sparen ist, man gibt weniger aus, als man einnimmt. Man hat was über. Wenn ich Ihnen 10.000 Euro leihe von meinem Ersparten, weil Sie die Geschäftsidee haben, und Sie kommen nach einem Jahr und sagen, tut mir leid, das ist alles in die Hose gegangen. Ich kann das im Leben nicht zurückzahlen. Dann muss ich sagen, das ist doof. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber dann ist das Geld jetzt eben weg. Kann ich nichts machen. Und jetzt ist es nicht so schlimm, ich hätte das Geld über, sonst hätte ich es Ihnen ja nicht geliehen. Ja, ich verleihe doch kein Geld, das ich gar nicht habe. Ich bin doch keine Bank. Die Banken haben aber nicht nur Geld verliehen, das Ihnen nicht selbst gehört hat, dass Sie sich selbst geliehen hatten. Die Banken verleihen auch Geld, das gar nicht da ist. Und das muss man erst mal begreifen, wie Geld geschöpft werden darf aus dem Nichts. Die Banken dürfen, ganz grob vereinfacht gesagt ist das jetzt, die Banken dürfen das 10-fache von dem verleihen, was sie an Einlagen tatsächlich haben. Also, wenn Sie 1.000 Euro eingezahlt haben von Ihrem Ersparten auf der Bank auf ein Sparbuch, dann darf die Bank ihm jetzt 10.000 Euro leihen. Da fragen Sie natürlich zurecht, wo nimmt die Bank die anderen 9.000 Euro her? Ja, die gibt es gar nicht. Das Geld entsteht dadurch, dass er verspricht, das in einem Jahr herbeizuschaffen. Er unterschreibt einen Kreditvertrag. Da steht drin, dass er in einem Jahr 10.000 Euro herbeischafft, plus Zinsen, und die zurückzahlt, obwohl es die gar nicht gab. Alles, was wir an Geld haben, entsteht durch Kreditvergabe. So, wenn ihr jetzt nach einem Jahr kommt und sagt, das ist alles in die Hose gegangen, ich kann das nicht zurückzahlen, wobei zurückzahlen ist ja ein lustiger Begriff in dem Zusammenhang. Da kann die Bank eben nicht sagen, jetzt ist das Geld eben weg, dann muss die Bank sagen, Moment mal, das geht nicht, dann sind wir ja weg. Und wir können nicht weg sein, wir sind systemrelevant. Aus dem Schulden mit der Frau ja noch 1.000 Euro, wie stellst du dir das vor? So, wenn wir jetzt die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzuarbeiten, und arbeiten. Dafür sind wir ja nicht Banker geworden, um arbeiten zu gehen. Was macht also die Bank? Die Bank sagt ja, dann leihen wir dir jetzt 11.000 Euro. Davon zahlst du die 10.000 zurück, plus die Zinsen, plus eine kleine Mühe dafür, dass wir weiter mit dir Geschäfte machen. Das Geld kriegt er aber nicht ausgezahlt. Die Bank schreibt einfach in ihre Bücher, dass der jetzt 11.000 Euro Schulden hat. Vorher konnte er mit den 10.000 Euro, konnte er noch einkaufen gehen. Mit dem Zettel, das er verspricht, in einem Jahr 10.000 Euro zu haben, konnte er einkaufen gehen. Ich meine, ihr könnt doch selber Zettel ausfüllen. Ihr könnt doch Zettel ausfüllen, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank so Zettel ausfüllt, dann geht das. So, im ersten Jahr hatte die Bank 10.000 Euro zu kriegen und 1.000 Euro Schulden. Jetzt hat die Bank 11.000 Euro zu kriegen und 1.000 Euro Schulden. Die Bank steht also bilanziell besser da als im Jahr davor, obwohl er pleite gegangen ist. Dann steigt der Aktienkurs. Und das Ganze ist Teil des Brudosozialproduktes, die Bilanz der Bank. Jetzt sagt die Bank in einem Jahr so, was ist jetzt mit unserem Geld? Da sagt er ja, was soll denn damit sein? Das ist ja nie bei mir eingekommen, das ist ja direkt wieder zurückgelaufen. Ja, sagt die Bank, das stimmt, da leihen wir dir jetzt 12.000 Euro. Davon zahlst du die 11.000 zurück plus die Zinsen und dann 13, dann 15. Irgendwann hat der Mann 20.000 Euro Schulden bei der Bank. Der ist mit 20.000 Euro verschuldet, obwohl er ursprünglich nur 10.000 Euro in sein gesetzt hat, wovon es nur 1.000 Euro wirklich gab. Und dann sagt die Bank, jetzt müssen wir die Zinsen raufsetzen, damit du ein bisschen schneller auf die Beine kommst. Oder die Bank sagt, die Rätigagentur, das ist sie da vorne, die sagt, du siehst ein bisschen blass aus. Das wird uns alles zu heiß, wir verkaufen jetzt die Schulden, die du bei uns hast. Man kann die Schulden ja weiterverkaufen, auf dem Anleihemarkt. Staatsanleihen sind Schulden. So, dann sagt die Bank hier, wir haben hier bei dem Herrn einen Schuldschein über 20.000 Euro, der sieht ein bisschen blass aus, sagt die Rätigagentur, was bieten Sie dafür? Dann kommt er und sagt, da biete ich 8.000 Euro für, er ist der Hedgefonds. Hedgefonds kennen Sie? Hedgefonds sind Organisationen, die sammeln Geld von Anlegern ein, leihen sich das 10-fache dazu nochmal von Banken und machen damit Geschäfte. Dann sagt die Bank, was? 8.000 Euro für 20.000 Euro Schulden? Da habe ich 12.000 Euro miesig gemacht. Da habe ich 60% Verluste in der Bilanz. Wie soll ich mir den Aktionären das erklären? Na, wenn es gar nicht anders geht, hat er aber eine bittere Pille. Wenn jetzt alles gut geht, kriegt die Bank 8.000 richtige Euro. Kann eh die 1.000 Euro zurückzahlen, hat 7.000 Euro über, die sie vorher immer nur auf Zettel geschrieben hat. Und muss die 7.000 Euro nicht mal versteuern, weil sie hat ja in der Bilanz 12.000 Euro Verluste. Auf die Geschäftsidee wären Sie auch gerne gekommen, oder? Und der Hedgefonds will sein Geld auch wieder haben und macht ein Riesenpalaver und wir lassen alle einsperren und Schuldenturm und so, wenn es nicht eine Lösung gefunden wird. Dann sagt die allgemeinheit, jetzt mal langsam, wir können nicht alles in den Bach untergehen lassen, wir finden eine Lösung. Ich stelle dir das vor, also alles wirst du nicht kriegen, 20.000 Euro ist unmöglich, aber ein Schuldenschnitt ist das okay? Ja, so der Hedgefonds Schuldenschnitt, ja, 50%, 50%. Dann kriegt der Hedgefonds 10.000 Euro. Hat der auch noch 2.000 Euro für die. Die Bank hat 7.000 Euro verdient, der Hedgefonds hat 2.000 Euro verdient. Und wer legt das Geld am Schluss auf den Tisch? Sie, Sie sind der Steuerzahler, Glückwunsch. Ja. Das, was wir jetzt hier mit 1.000 Euro gemacht haben, haben die Banken mit Milliarden gemacht. Die Länder müssen sich das Geld ständig wieder neu leihen, weil sie es nicht zurückzahlen können. Und die Zinsen sind noch dazu, das machen wir Deutschen ja auch. Seit 30 Jahren haben wir noch nicht einen einzigen Euro zurückgezahlt von allen Schulden, die wir je gemacht haben. Wir nehmen jedes Jahr wieder neue Schulden auf. Und irgendwann muss das Geld hergeschafft werden. Einer muss in der Realwirtschaft das Geld erwirtschaften, was die Banken in den Büchern schreiben. Und das ist dann die Arbeit der Bevölkerung, muss wir sie dann der Steuerzahler. Das ist das Spiel, das sie spielen. Und seit 5 Jahren tun wir nichts anderes in Europa, als sie sich schmarotzerpackt weiter durchzufüttern, meine Damen und Herren. Wir retten dieses System. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.